Frau Weber, Sie stellen heute hier in Berlin einen Film vor. Da geht es um den Babyraub in Argentinien in Zeiten der Diktatur. Was war denn eigentlich geschehen? Was ist dieser Babyraub? Also die Diktatur in Argentinien war ab 1976 und da haben die Militärs auch natürlich weibliche Gefangene festgenommen und die gefoltert. Und anfangs sind dabei, manche waren auch schwanger und die haben auch Fehlgeburten gehabt. Und zum Schluss haben sie die dann alle umgebracht. Wir wissen, dass die Pfarrer, die katholischen Priester in diesen Folterzentren ein- und ausgegangen sind. Und die haben auch versucht, auf die Gefangenen einzureden, doch bitte zu gestehen und doch zusammenzuarbeiten. Aber sie haben eben auch versucht, die Kinder, also die ungeborenen Kinder, ich sage das mal alles in Gänsefüßchen, zu retten. Also sie haben sich nicht für die gefangenen Frauen eingesetzt, für die gefolterten Frauen, sondern sie haben deren Brut sozusagen dann gerettet. Also sie haben gesagt, die dürfen erst gefoltert werden, wenn die Brut draußen ist, wenn sie geboren ist. Und danach sorgen wir dafür, dass diese Kinder dann in gute christliche Familien kommen. Und das haben sie gemacht. Dabei ging es vor allem um ein Movimiento Familia Cristiano, die dies getan haben. Diese Familien, das waren auch deutsche Manager von deutschen Großunternehmen, die in Argentinien waren. Was hat das denn damit auf sich? Wie sind diese Fälle weitergegangen? Sie sind da später teilweise aufgedeckt worden, die Leute sind identifiziert worden. Ja, es gibt zwei Methoden, sich diese Kinder anzueignen. Die eine war, die haben die einfach als leibliche Kinder eingeschrieben, so als hätten sie sie selbst geboren. Das ist zum Beispiel geschehen bei der Familie Tasselkraut. Da geht es um drei Kinder. Er war damals Produktionschef bei Mercedes-Benz und als eben auch die Betriebsräte ans Messer geliefert worden sind. Das ist auf diese Art und Weise geschehen. Manche haben aber auch über dieses Movimiento Familiar Cristiano eine Adoption gemacht. Dann war die Option, die war dann legal. Und ja, das waren dann Kinder, da steht dann in den Akten drin, heute kam eine Großmutter da bei mir vorbei und hat ihr Kind abgegeben. Und sie hat sich geweigert, ihre Personalien abzugeben. Und dann war sie schon wieder weg oder ein Findelkind vor den Türen der Kirche. Irgendwie so. Und das ist dann nachgewiesen über Gentestkammern, das ja alles, dass das waren Kinder von Verschwundenen. Frau Weber, Sie verfolgen das Thema ja seit Jahren, haben mehrere Filme produziert, haben sich in Zeitungsartikeln damit befasst. Wie ist denn die Rezeption in Deutschland? Wie reagieren denn deutsche Medien gerade auf die Verstrickung von deutschen Unternehmern und Diplomaten in dieser Fälle? Also ich bin ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht. Also ich arbeite selbst seit über 30 Jahren auch für die ARD, im Wesentlichen für den Hörfunk, aber eben auch für die. Und ich habe das Thema, ich habe selbst einen Dokumentarfilm dazu gemacht, Wunder gibt es nicht. Der wird übermorgen hier im Ibero-Institut gezeigt, also preußischer Kulturbesitz. Und ich habe den Film natürlich immer angeboten. Man hat nicht nur diesen Film nicht gezeigt, sondern man hat dann auch ein Team, das auch für Mercedes für mal gearbeitet hat, damit beauftragt, eine Light-Version zu machen. Und die haben eben die Beweise, die ich zusammengetragen habe, abgeschwächt und Daimler in einem sehr positiven Bild erscheinen lassen. Und den Babyraub, den haben sie überhaupt nicht erwähnt. Dann haben wir ja nicht! Vielen Dank.